hallo und willkommen zurück zu minecraft aufstieg so wie immer zurück zum spiel wir sind auf dem server und wir suchen uns jetzt ein plätzchen wo wir bauen werden und ich denke mal das wird schon schwierig genug werden so erstmal schauen wo wir hier sind wo wir hier weg kommen da ist nun ist natürlich sehr toll gemacht ich muss nur hier rauskommen da ist eine treppe da geht das mal oben raus versuchen wir gehen mal da oben raus so wir sollen jetzt erst mal suchen ein plätzchen für uns ein kleines plätzchen wo wir uns ach das eine spinne ein kleines plätzchen vor uns suchen wo wir unser erstes domizil bauen werden und das werden wir ziemlich schnell finden denke ich mal und zwar das ist so schön am besten ist mir persönlich gefällt am besten da drüben da möchte ich keine hin aber wir müssen erst mal sehen dass wir hier kriegen wir steine mit der hand abgebaut weiß ich gar nicht das dauert ja ewig aber nützt ja nix wir müssen uns erstmal ein schwert basteln irgendwie ein schwert bauen müssen wir uns doch die erde habe ich gesammelt wir müssen irgendwo holz finden warum nicht holz hier ist schon alles weg gesammelt hier ist alles weggesammelt das ist jetzt doof das ist jetzt schade naja nützt nix so komm in gange oh mein gott das ist ja voll panne jetzt das ist ja voll Ja, ich war gerade da. Ich bin gerade durchgegangen und jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt gespawnt und den finde ich da nie zurück. Da hinten ist was, ja. Irgendwo bei der Mauer bin ich hier, ja. Ein bisschen angesiedelt. Ja. Ich muss mal sehen, dass ich irgendwie Holz haben muss. Da haben Holz kannst du von mir haben. Ich habe hier eh überall. Ja, muss mal sehen, dass ich die wieder finde. So. Da. Da habe ich ein ganzes Deck Eichenholzbretter und Fichtenholz ist auch hier. Wächst auch. Genüge. So, jetzt bin ich wieder am Eingang. Ach, die Spinne. Weg, weg, weg. Nein, das ist wieder verkehrt. Lauf. Hoffentlich finde ich das noch. Da wird, glaube ich, ein Berg rauf hier. Genau, das war, bei dieser kaputten Brücke war das einfach gerade drüber. Ach, nein. Warte, ich stelle, ich komme mal zurück. Ne, ich war gerade im Anfangspunkt, wo wir uns vorgestellt haben. Ach, das ging mal da. Ich bin ganz drück. So, dass du noch kein Bett hast. Ne, ich bin ganz drück. Das war irgendwo ein zweites Schaf, dann können wir schnell nach Eisen suchen und kannst du dir dann nachher Wolle holen. Ja. Und das zweite Schaf. Ja. 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 Finde mal finden. Oh, mein Gott. So, dann ist viel Licht. Da ist das Dollarzeichnis, kann ich schon sehen. Du musst jetzt irgendwo deine Nähe sein. Ich bin wo dein, dann hier bin ich ja. Ja, genau. Jetzt mal auf. Ja, ja. Das ist Mist, dass es Nacht ist. Ja, und bei mir ist gerade so ein Scheiss das Skelett, das mich richtig hart penetriert. Ach. Wahrscheinlich mehr reinbeten, oder? So. Das wird eh schon wieder hell. Jetzt bin ich ganz auf der anderen Seite. Ich kann dich schon sehen. Du hast auch schon ordentlich was geschafft, muss ich sagen. Ja, da bin ich schon ganz schön ein bisschen verbreitet. Weg. Das Ganze wollte ich eigentlich ein bisschen ebnen hier. Und hier auch schöne Häuser bauen können. Ja, das ist ein schönes Fleckchen eigentlich. Oder ist es? Dann dachte mir auch so eine Brücke vielleicht durch die Holzbäume. So, da bin ich. Sehr gut. Warte, da hast du kannst du von mir das Schwert haben. Beziehungsweise kannst du es selbst machen. Ja. Bein und so ist alles drin. So. Du kannst ruhig zur Kiste zugreifen und dir rausnehmen, was du brauchst. Ja. Ähm, ja, wir müssen noch Wolle besorgen. Wie es anders sieht, ist das neu? Ich kenne das gar nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Was? Ja, diese ganzen anderen kenne ich auch nicht. Anders sieht, das ist von mir komplett neu. Genau, es hat 1.8 dabei und ich weiß auch nicht, was man mit dem macht, außer dass das schön aussieht oder schön aussehen soll. Ich habe mir mal das Fichtenholt rausgenommen und ein paar Steine. Ich habe auch keinen Sinn. Ähm, ich... Aber es wächst einfach so unglaublich wenig. Unglaublich langsam das ganze Zeug. Es ist so mühsam Essen zu finden. Ich dachte auch, dass wir uns oder können wir auch machen, eine kleine Farm sowas machen. Genau, das hatte ich vor. Kleine Farm und ein bisschen auch für Holz und sowas ein bisschen forstmäßig was auf die Beine stellen. Genau, da habe ich schon das Fichtenholz, weil das brauche ich dringend, Fichtenholz. Da habe ich mir hier so eine kleine Farm von Fichten schon mal aufgebaut. Da habe ich auch schon ein paar Setschen mit drin. So. Da ist Spinn. so ja natürlich zu sehen dass man ein bisschen eisen zusammenkriegt ja auf jeden fall das ist bis jetzt nur ich hatte bis jetzt nur glück fünf fünf stück zu finden damit hatte ich ein eisen schwert habe ich mir gemacht und ein eimer ja und ist das hier das bergwerk ja da bin ich runter kann man ja ich krab mich mal ich krab mich mal irgendwo ein ich muss mal ganz kurz die ganzen parts und sowas beschriften was jetzt kenne ich mich später nicht mehr aus ok da geht es runter naja dann mal auf die suche nach eisen machen so was haben wir gefunden da und da was ist das was haben wir da gefunden so war das auch genau granit granit das ist natürlich nicht schlecht dass er gerade nicht finden wir brauchen natürlich eisen und eisen ist glaube ich nicht ganz so frage sehen vor allem ich habe auch keine keine fackeln und nix naja der anfang ist ja immer der schwerste nicht blau so sag mal warum habe ich mir eigentlich eine holz bei hier gebaut holz picke blödsinn halt das war da kohle ist natürlich eine tolle sache wenn man das finden würde aber wie gesagt man ist ja dabei nicht und suchen und suchen und suchen kaputt kaputt habe ich noch eins halte besser verkehrt dem riechen so kurz mal text schreiben gleich stehe ich hier im dunkeln und sieht natürlich nix mehr ach mist mist die hacke ist auch bei dem arsch also kaputt ich glaube ich muss mir was anderes ich muss mir ein anderer bauen so ähm da muss ich hoch da müssen raus so wenn natürlich da ist doch kohle da drüben das reicht nicht kohle ach mensch noch was meine holz spitzhacke äh quatsch aus stein so die geht natürlich ein ganzes stück schneller so ich will da hin so wie komme ich jetzt da oben am besten hin wo war das jetzt ich baue und mache und suche und finde natürlich nix da oben war es genau da oben ach Mist ach Mist raus da komm schon da oben will ich hin da oben will ich hin mit meine schaufeln mit meine schaufeln so da haben wir es mmmm schön die kohle das ist gut schön können wir auch fackeln machen endlich so das nehmen wir alles mit was hier ist auch mit der gefahr hin dass wir da ein schön unheimlich großes Loch da in der wand haben so das auch noch juhu kohle kohle ist gut so wie komme ich jetzt wieder runter den weh ich ach Lebensmittel ich habe nichts zu essen ach du Schande und Pferd wollte ich nicht essen da verrottendes Fleisch Scheiße nicht zu essen das ist natürlich so komm schon lauf mal ein bisschen fixer hier ach kannst du nicht mehr wenn ich mir jetzt ein Pferd umlege darf es noch ich möchte das ja ungern so was habe ich gekriegt Leder ich sterbe gleich oh ich sterbe gleich ach du Scheiße ich bin gleich tot Mist 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 Scheiße Mist 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 Mist. Ach, scheiße. Das ist doch scheiße. Oh, Mann. Tja. Missed. Tja. 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 es müssen alle im bett liegen ist klar aber man kann hat sich kein satt das ist natürlich doof das ist wirklich doof weil das ist ja auch mit alle am server gleichzeitig wenn ich alle glättlichen bett liegen können ja wie willst du dann speichern können ja das ist es nämlich das ist ja auch mit lebensmittel und also was irgendwie sind die links ein bisschen die mobs sind die was die mobs sind ein bisschen dumm die sehn mich gar nicht am wagen ich mal was hab ich denn jetzt hier mal federn was haben wir da samen Oh, das darf nicht wahr sein. So, mach mal eine neue Kiste. Wieder ganz am Anfang, ich dreh durch. So, mach mal eine Kiste. so ok gottse dank was nur der flash hat dieser dieser media player von windows der kann es nicht abspielen er gibt keinen ton ab ach so die tonaufnahme ist da gottse das war gut ein glück bist du ja gerade beim aufnehmen ja ich lass es die ganze zeit laufen und ja ich bin schon wieder im suchen ich finde es ein bisschen ich finde es ein bisschen blöd deshalb dauernd am laufen sein muss weil es ist teilweise echt langweilig zum zuschauen meine ich ja das stimmt aber wie gesagt man kann ja man kann ja auch ein bisschen das zusammenschneiden also jetzt zum zusammen raffen das ganze was man sagen kann die sachen ja wir müssen da rumliegen ja so bin ich jetzt so gut ja das stimmt mit zusammenschneiden aber das alter wie schnell geht es so das ist natürlich immer ein ganzes stück dahin zu laufen also muss ich mal sagen zuckerrohr haben wir mehr genug da können wir echt bald schon gut bücher machen wir gehen die die tiere noch ab ja genau die müssen wir auch noch irgendwo finden eine hatte ich ja dieser zum dieser hier wir könnten die pferde schlachten da können wir auch leder ja leder kriegst du daraus aber wir bräuchten dann wir bräuchten auf jeden fall zwei pferde noch gehen dann noch noch so ein scharfes weg so ein bisschen lebensmittel das schon mal nicht schlecht lebensmittel weizen ich brot könnte ich gern bieten so wo bin ich jetzt fertig ich müsste dann ja das fiel mir zum opfer tut mir leid das kommt aber wieder zurück keine bange so bevor man verreckt sollte man es halt einfach fressen so da ist noch ein scharf ja ja was ja 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 Boah, wir haben Zucker, wo haben wir so viel, wächst so viel nach, so schnell nach. Sehr gut, da fängst du ein Bett bauen, warte, du hast ja mal ein bisschen Brot zwischendurch, dann habe ich noch die ganzen Sachen von dir, die Hacke, Stein, Hochdarmst. Hattest du noch dabei? Bitte? Was hattest du noch dabei? Karotten kannst du auch haben, wenn du brauchst. Ne, das war's. Hier auch die Stein-Axt. Sonst noch irgendwas dabei? Ne, das war das, das meine ich, das war das. Ich baue mir erst mal ein Bettchen. Mit dieses... Dann mal schnell noch eine Kiste. Ach Mist. Fehlt einmal Wolle. Hast du Eisen? Zwei Stück, da kannst du ja wegen der Scher, da kannst du das Schaf schnell. Ne, Eisen habe ich gar nicht. Mal kurz gucken, vielleicht finde ich schnell unten. Sonst muss das K. Oder da vorne ist ein Schaf. Ach da, ja genau. Nehmen wir ja. Nehmen wir das. Nehmen wir ja schnell. So, ich kann mir schnell einen Platz machen. Denn es ist wesentlich, diese Rennerei ist zu Ende. So. Also ich muss sein, gestorben bin ich noch kein einziges Mal. Ach, da hatte ich ein bisschen mehr Glück. Mist. Okay, ich verkrieche mich ja auch wie ein Feigl die ganze Zeit bei der Nacht. So. Zuckerrohr. Wir haben ja schon zwei Stacks Zuckerrohr. Ok, mach mitp lifecycle. So. So.